Grüß euch, ich bin der Steff vom Interport. Ich bin seit ein paar Jahren im Skischu-Fitting tätig. Ich bin der Gelli vom Interport. Ich mache das seit 23 Jahren. Wir probieren euch ein paar Tipps geben, wenn man einen Schuh am besten kauft. Das Entscheidende natürlich beim Schuhkauf ist der First-Fit. Das heißt, man steigt in den Schuh rein und man hat auf Anhieb ein gutes Gefühl und so wenig wie möglich Druck stellen am Fuß. Und man sollte halt selber auch ein bisschen wissen, wie breit ist mein Fuß, wie schmal ist mein Fuß, habe ich einen hohen Riss, das wissen auch viel nicht. Und am besten ist, wenn ich da schon ein paar Verenheiten weiß, dann kann ich hingehen zu meinem Verkäufer und dann könnt ihr zusammen einen Schuh aussuchen, da wo die Leistenbreite und die Risshöhe einfach schon mal passt. Da wo man gut hinkommt dann mit der Passform. Leisten, guter Punkt. Es gibt natürlich bei der Skischu auch verschiedene Breiten und verschiedene Höhen. Es gibt sehr schmale Schuhe, es gibt aber auch sehr braune Schuhe. Von dem her ist es sehr sehr wichtig, dass man sich beim Händler vielleicht einmal einen Fußscan macht oder eine richtige 3D-Analyse, damit man einfach weiß, wie schaut mein Fuß aus und was für einen Schuh wirklich passt mir einfach am besten. Das ist genau so, wie der Stefan sagt. Kämpft am besten zu uns in den Shop und lasst es euch beraten. Da findet sicher das richtige Modell, das was auch zu euch am Fuß passt.